So, ehemalige Relikte noch haben das Abschaum übergeben. So, Oberquartiermeister, Quartiermeister war da, ja, der Tournee. Kann ich reden? Na, war Handler. Ich bin ein Ver- Wo wird der Kunde? Aber, ehm, ich muss nur sagen, das wird dann, ehm, in meinen Vorteilen ein Kunde sein. Sie werden mir die Sachen abkaufen. So, das bringt uns eben was Held ein. So, da auch weg. Äh, jetzt habe ich schon hier kein Platz bei mir gehabt. Unglücklich. Hier dürfen ein paar weniger, so. Benutze ich eh nicht. Elektro-Schutz, uh. So. Und eh nicht zu viel benutzt. Metallkomponente. Da, 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 da. So. Ein bisschen mal hier, eh, ausgestaubt. Jetzt gehen wir mal zum Plaza und übergeben ihm die Relikte. Wird er sich freuen. Hallo, Stumpf. Wir haben die Relikte. Wir haben die Relikte, die du möchtest. Hier ist... Oh, Zachariah. Du... Ja, natürlich. Ich bin kein blinder Optimist. Ich bin nur jemand, der sich für die Sparke von Wissen und Verständnis mit so wenig erwartet hat. Es gibt keine Chance für eine Überraschung. Und wenn der Relikte nur mehr Fragen errichtet, dann gehen wir in der Suche mehr Antworten. Jawohl. Und, beendet. Dann haben wir alles, was nur noch stehen. Verrettungsmissionen, jawohl. Dann machen wir jetzt Main-Quests weiter. Und suchen dafür Mitteln, um den Colonel zu vernichten. Auf moralischer Ebene. Ich habe noch nicht ganz hoch gegründet, also Tor ist schon, äh, rasant, was ihr gemacht habt, ne? Ist schon, ist schon groß, ist schon groß. Auf geht's. Ich glaube, der Dome war in Ruins. So, dann, woher die putt den alten Geyser? Oh, das ist ja. Es muss man sich nicht mehr aufhalten, um den, was sie verabschieden, um die, 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 die... Unless sie bereits starten, um die, 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 die... Das ist schon so schlecht. Das ist, was es. Es wäre. Es ist ein Wettbewerb, ein Wettbewerb, ein Wettbewerb, ein Wettbewerb. Ich weiß, dass du nur so Angst hast, was im Dome ist, als was die Patience zeigen kann. Ich hoffe, dass der altes Mann noch nicht aufhört. Er ist so schwer wie ein Osterich. Aber ich weiß nicht, ob er wird genug in den Händen der A.S.C. Was ist der Patience? Er dachte, dass er endlich sicher ist in Noctis. Insofern, wir haben ihn direkt zurück in den Víktoren. Was bedeutet das? Wir haben ihn aus dem Camp? Es ist einfach, wir müssen uns die Wettbewerb von Víktoren haben, als wir Dandolo gefragt haben, ihn zu halten. Er war nur noch ein Noctis im Noctis, aber unsere Request hat ihn verkauft. Diese Thugs, mehr als Cavemen mit größeren Sticks, nicht verstehen, Respekt, Science, A, oder Wettbewerb. Ein Problem sie nicht lösen können, sie benutzen für Torture. Was ist 2 plus 2? Ich weiß nicht. Nein, wir haben den Mathematiker und wissen, was wir wissen können. Die Brüten, wenn sie die Macht in Abundanz haben, sie werden sie in eine Darwinistische Jungle machen. Ein ganzes Grupp von Psychopathen, die sich um alles zu kontrollieren, durch eine Mind-Less-Vilanz. Das ist so, dass diese Geschichte nahe zu Hause ist. Das ist wahr. Ich verstehe, was dieser Tecno-Manser der Tecno-Manser muss gehen. Der Schmerz. Ich hoffe, dass wir ihn bald finden finden. Wir müssen uns bemerksam sein. Der Ort muss sich mit der Truppen zusammenhängen. Und so wie ich glaube, dass der Honest und Schmerz und Schmerz, wenn sie die Patienten aufzuhören, unsere Begründungen müssen wir ein bisschen mehr... ...sophisticated werden. Also ich hoffe, dass wir die Nachrichten haben sollen... Soll ich auch darüber nachdenken. Und so können wir mal die Kinder machen. Oh, das ist auch sehr. aber es sieht aus als könnte ich doch nicht mitnehmen wäre gerade genug hier für die mission die technomüren die technologie zu ich hab mir doch einen versuch ich habe drei gegen einsehn Komm da, Probes, hau mal mit drauf. Danke. So, war das korrekt. So, das war korrekt. Okay, da geht nicht hin. Schütze. Oh. Ich muss sagen, wir sind ein bisschen mehr seriös als jetzt, wenn wir, äh, aufgerüstet haben. Auf jeden Fall, bevor wir hatten, halt, doch, da sieht es schon mal, äh, standhaftig aus. So, von, du kannst mich nicht mal so leicht auf die Köpfe, äh, auf der Pölle schaue. Ah, jetzt gern die rote Oberbahn, äh, Übersicht, aber hier war der Durchgang. Äh. Von Lauf. Ah, ja, wie am Anfang. Ja, das war der Durchgang. Ich bin kämpflicher Klassiker entstande. Ja, was jetzt auch über Frontalangriff wäre, nicht so ein ideales Etwas. Also, bis jetzt, äh, klingt gut. Ich dachte, ich hatte schon, der Ding ist, äh, wenn man, äh, Zeugs verkauft. Da ist ein Großer. So, äh, gerüstet nennt man da tief. Oh, wieder tolle Schmerzhaftung. Hallöchens. Die wurden auserwählt und gute Leistung. Äh, hallo? Ja, bin ich. Oh. Auf geht's! Du hörst jetzt aufmachen, wir müssen ballern! Hallo! Ich muss Ihnen eben sagen, Sie sind ein bisschen in den Stein eingebummt. Alter Schlüssel! Ey! Den brauchte ich glaube ich. Der ist doch ein guter Zufall! Ey! Der ist doch ein guter Zufall! Lass uns das über meine Zufall ist. Aber Alter Schlüssel! Der ist doch kein Zufall! Patience! Entschuldigung! Patience! Komm schon! Verdammt, wir haben ihn fast verletzt. Stop! Lass mich gehen! Ich werde nicht sagen, dass ich... Zack? Zack! Hörst du wirklich? Was ist wirklich du? Was ist das für dich? Ich bin auf dem Weg zurück zu meinem Ort. Es gab jemanden hinter mir. Und bevor ich konnte, er war auf mich. Die nächste Sache, ich wusste... Ich wöge auf in einer Selle. Sie haben mich für Tage gegründet. Sie haben mich zu sprechen. Sie haben mich zu erzählen. Sie haben alles, was ich wusste über dich. Wie du warst. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Schade. Wenn ich nicht, dann hätte ich nicht können, was sie sagen. Aber ich habe es einfach zu Ende. Ich habe es geschafft, als sie mich gefunden haben. Ach, Schade. Was hast du ihnen gesagt? Woher dachte ich was alles nicht zu Ende. Ich hatte Glück nicht direct die sechs Schönheit ein. Ich habe aber mitmeistered. Ich habe auch nichts vorletz. Ich habe es nicht gesagt? Dann habe ich Crew-Ein... Und die Scheiße als er mich getan hat, Zack. Ich hab ihn nicht alles gesagt. Ich habe ihn gesagt. Weil ich ihm fast gesagt habe. Oder ich habe ihm gesagt! Ich habe ihm was auf der Tabelle erfahren. Das보heum. Ich trache mich. Ich bin sehr entsvid apare. Aber jeder hat einen Bremsen. Was hast du gesagt? Ich habe über eine große Basis von Forschung, die in Kontakt mit der Erde zu halten. Sie hatten einen Beacon, und die Basis als Koordinatoren. Ich meine, die Koordinatoren nicht mehr aufzuhalten, also musste ich sie zurückkalkulieren. Aber es ist in der Südpol, Zach. Es ist ein großer Bremsen von Eis. Okay, wir werden dich entfernt, und wir werden dich weg. Und ich glaube, jetzt kommt unser Jutta Allen wieder. Oder? Nein, doch nicht. Was? Ich werde ein paar Mods machen. Es wird schwerer als du denkst. Also, wir haben ein extra Lager oder zwei, wenn du nicht willst, deine Knut auszuhalten. Gut er hat. Das hat mich an... Ein Tangent, der führt zu einem anderen Tangent? Nein, ich... Ja, das war es. Ich bin ein Eis. Das war es. Ich glaube, noch einmal. dass sich das ganze Ziel dann einst. Ich bin einst. Ich bin einst. Das ist wichtig. Ich bin einst. Was ist, wenn wir in das ganze Schlecht? Das ist, was wir wissen. In das alte Beacon? Ich denke, die Settleren haben geholfen und Tiere aus dem Erde gebracht. Und dass wir vielleicht noch eine in der Basis. Und wenn nur noch ein paar überlebt haben, wir können einen Ecosystem wie so wie das auf Mars. Das ist komplett schädig von den Eis. Warum sollten wir in diese Stadt gehen, stattdessen zu überraschen Viktor? Was planst du? Ich bin ein Beacon. Ich will in Kontakt mit der Erde, aber nicht so, dass ich aus der A.S.C. Und so, dass ich mit unseren Ancestern wiederholen kann. Und wiederholen alles, was wir verloren haben. Mit den Menschen von der Erde, können wir die Krieg über Wasser stoppen. Wir können die Technologie, die wir verloren haben. Wir können verstehen, was sie gemacht haben. Das ist perfekt. Ich hoffe, was wir finden, nicht entschuldigen Sie. Und das. Ich weiß nicht, was das alles. Und was? Ich denke, dass du in die Stadt gehen willst, nicht wahr? Genau. Das Problem ist, die Stadt der Stadt, wie die Patient gesagt hat, ist ein Südpol. Der Röver ist gut, aber es ist nicht so gut. Wie soll es das so gut machen? Ich weiß nicht. Ich muss es nachdenken. Ich meine, es braucht eine Art Eisbremse in der Front. Und Insulation um die ganze Sache. Ich kenne dich. Ich bin sicher, dass du es herausfinden kannst. Ich mag deine Angst mit mir. Aber... Ich weiß nicht, wie es zu tun ist. Ich weiß, was ich zu tun hat, was du machen willst. Ich glaube, das ist, was ich zu tun. Ich weiß, was ich machen muss. Ich weiß, dass er ein Veränderungen auf seine Schrieg hat. Ich weiß, dass er das Schrieg hat. Aber ich weiß, dass ich ein Zeichen hat, dass er nicht mehr sehen kann. Ich weiß, dass er die Dich von der Stadt ist. Ich weiß nicht, dass er sich in der Stadt befinden. Ich weiß nicht, vielleicht hat Scott, können wir uns helfen. Oder das? Ich mag das, was du denkst, Zack. Okay, bisschen, 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 bisschen. Zagreie, Zachariah. Rumor ist, der Dowser hat die Ruhigung Das ist das, was er zu tun ist, um Victor zu verabschieden. Ich habe ein paar Kontext mit Aurora Technomancers. Sie sind nicht ganz fröhlich, aber sie sind wenigstens, wie sie sie. Und ich habe gehört, dass ihre Messenger, fast immer eine spezielle Schadow-Path. Ich zeige euch. Das ist hier. Wenn du gehst, kannst du einen von ihren Karrieren aufhören. Wenn du die Nachhinein wirst, wie du sagst, dann bin ich sicher, dass sie die Dokumenten in den Bildung sein werden. Danke, Melvin. Aber hoffentlich brauchen wir nichts zu prügeln. Hoffentlich bringt es uns was mit den Schritten, die wir hier jetzt eingehen. Ja, oder wir können zu sagen von Ey, äh, Boris, äh, wir wollen einfach nur dafür sorgen, dass wir weniger Konflikte haben im Allgemeinen. Aber da ist ein Arschach bei uns, äh, der da nicht so sieht. Und ich kann meinen Scheiß wieder verkaufen. Umwärme mit den Schritten zu laufen. Aufhören! So, Öff. Mach dich her! Ich habe nicht so viele Feuillen lassen, wa? Der Scheid. So, einmal gucken wir, ob wir den Kurier abfangen können. Okay, da müssen wir ins Hauptkottier. Und ich bin still auf dem Weg dahin, still auf dem Weg dahin, still auf dem Weg dahin.